So, da sind wir dann jetzt mal bei der leichtesten Aufgabe, nämlich Besuche Sanctuary, Tilted Towers, Command Cavern und schon habt ihr wieder 20.000 XP eingesammelt, also ich weiß nicht, so eine Aufgabe, ihr müsst wirklich einfach nur in Tilted landen, einfach entweder bleibt ihr oder lockt euch wieder aus, in Sanctuary und dasselbe auch in Command Cavern, also ihr müsst da nichts machen, einsammeln oder sonst irgendwas, einfach da landen, ich mach das jetzt mal gerade, damit ich die Aufgabe dann auch mal fertig habe, aber ich muss sagen, exotische Waffen und so, das ist dann schon ein bisschen kniffliger, man muss ja erstmal die Waffe haben, dann den Schaden, dann auch das Gold, also eigentlich sind die Aufgaben simpel, wenn man sich sie durchschließt, aber die ein oder andere könnte zu Problemen führen, genauso wie ich halt einfach keine Fernlenk, äh, Fernlenk, ne nicht Fernlenk, Fernlenk, warte, jetzt muss ich selber lesen, ne doch, Fernzündladung finde, ich finde einfach Ferne mehr, die ganze Zeit, wo die Aufgabe nicht da war, habe ich sie immer wieder gefunden, jetzt finde ich keine mehr, das ist immer ganz toll, aber das ist ja bei jeder Aufgabe, also, wenn du sie brauchst, findest du nichts, wenn du sie brauchst, dann wo es ja ist, so, wie gesagt, ich probiere jetzt hier direkt das Jump Pad mit zu benutzen, weil hier muss ich eigentlich nicht rumtouren, zack, einmal landen, schon habt ihr die 20.000 XP, wenn ihr hierbleiben wollt, natürlich einfach weiter looten, aber ich ziehe jetzt erstmal durch, gucke nämlich noch, dass ich ein bisschen noch die anderen Aufgaben für euch hinkriege und in dem Sinne erstmal danke für den ganzen Support, wenn du noch kein Like da gelassen hast, gerne ein Like da lassen, wenn du kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushören und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe und haut rein!